hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge Leben auf dem bauernhof. Urlaub haben wir ja hinter uns. Revival auf der Walchen 2k20 und zum Roleplay auf der Walchen. Hi. So, jetzt zeig mal, dass wir sehen, was du hier stehen hast. Also warte mal, ich sag dir mal, was ich brauche. Ich brauche irgendwas für Kühl, also Mähtechnik, Mähtechnik, Gülletechnik wahrscheinlich, für Mist irgendwie sowas in der Richtung. Äh, ich brauche einen Viehtransporter wahrscheinlich. Oh nee, Moment. Was denn? Guck mal, hinter dir. Ha, ha, witzbold. Hallo, Dian. So schnell sieht man sich wieder, ey. Ja. Aber jetzt bin erst mal ich dran. Bitsche Bitsch. Ja, Mensch. Äh. Warte, ich frage, ich frage nur mal kurz, was hast du, Udo? Ja, wir wollen nur einen Viehtransporter zusammenholen. Äh. Ich bräuchte auch einen. Sollen wir zu tun? Das können wir machen. Ja. Also weniger Kosten für den Einzelnen. Ja. Ja. Also zusammen kaufen oder mieten? Kaufen. Kaufen. Was denken Sie denn, Herr Hochrader? Um welches würde es denn gehen? Ja, das wäre noch die Frage. Ich würde sagen, den Joskin, oder? Äh. Oder diesen Big Master Western. Da gehen halt ein paar wenigere rein. Moment, da muss ich auch mal gerade in den Katalog gucken. Der wäre halt was für's Auto. Äh. Ja, aber im Big Master passen nur Pferde rein. Nee, da gibt es ja den anderen auch noch. Ja, da passen nur zwei Kühe rein. Also. Das ist für mich ein bisschen wenig, ey. Joskin würde in sechs reinpassen. Was machst du denn, Karl? Hast du Kühe oder was? Ja, ja. Aber ich will die jetzt nicht da reinzwängen hier. Dann wäre der Joskin ja am besten, oder? Ja. Da haben sie ein bisschen mehr Platz. Die Frage ist halt, auf welchen Hof stellen wir den dann, ne? Ja, das ist ja dann eigentlich nicht so. Wir können den ja irgendwo bei uns zwischendrin irgendwo, genau in der Mitte irgendwo, vielleicht einen Schuppen mieten oder sowas. Oder der steht da einfach auf einem Hof und wenn ihn jemand braucht, ruft der Alarm. Ja, oder er holt ihn einfach, also das ist ja auch nicht so. Auf welchen Namen darf ich den dann kaufen? Also, bestellen. Mir ist auf mein, mir ist das egal. Ja. Jo, dann sag ich, was er dann unter euch ausmachen. Ja. Ja, ja, was soll er denn sagen, was er kriegt? Ja, das ist nämlich ganz gut mit dem Anhänger. Ich glaube, den kann man auch an ein Auto ankoppeln, oder? Mit dem Großen, ne? Na ja, einfach ein bisschen schwer. Ja, also es geht, aber ich will es nicht machen. Das ist ein bisschen... Ähm, von euch beiden, 8000. Riecht die nau auf. Ja. So, schiebe ich dir gleich... Ne, warte mal. Ja, doch, schiebe ich dir gleich rüber. Ja, dann mag ich es auch. Hast du keinen Bulldog, oder was, Karl? Ich hab noch gar nichts. Ich hab nur unser Auto von... Der wir heute gerade bestellen. Achso. Ihr stört mich halt. Gut, wir sind wieder weg. Tschüssi. Gut. Bonnach für X-Mail-Truck. Äh. Ah. So. Äh, äh, ja. Äh, was sind das hier für ein Anhänger? Äh, das ist ein... Weil, ich mein, wenn du jetzt sagst, das ist ja günstig, dann... Das ist günstiger auf jeden Fall, weil das ein Vorstellungsvorstellungsfahrzeug ist. Was kostet der, wie viel geht da rein? Und was geht da rein? Also, in diesen Aufbau passt so ziemlich alles eigentlich rein. Mhm. 15.000 Liter Fassungsvolumen. 15? 15.000, ja. Oh, das reicht doch nicht für mich locker. Okay. Kostenpunkt wäre bei denen halt... Hydraulik ist schon... Ein 5.000er, ne? Was? Wie viel? 5.000er für das... Das ist ja geschenkt, ist doch das. Ja. Also, nehmen oder wie? Ja, schreib auf die Liste. Äh, mach mal eine Liste, weil das wird, äh... Ja, ich muss das zwei verschiedene Listen machen. Einmal Vorstellungsfahrzeug und... Hm, die Blattfädern sehen auch noch gut aus. Trommelbremsen, passt da auch. Jo, denn... Was noch? Okay. Wir können ja mal rumgehen. Jo. Das in der Mitte ist ja erstmal uninteressant. So, ich glaub, das brauchst du noch nicht, so. Was? Das Ding hier? Das Querne-Land. Was ist denn das? Das ist Pflanzenschutz oder Flüssigdünger. Ja, ich muss mich sowieso mal überlegen, wie ich das mach. Weiß ich, ich muss überlegen, ob ich auf Bio mach, oder wie... Oh, da fährt er ja nicht. Ja, das stimmt. Mal gucken. Okay, ja. Ja, das alte Ding, da bin ich mir nicht so sicher, ne? Ja, das Teil würde 400 Euro kosten, ne? Wie viel? 400? 400. Ich sag dir, wenn da irgendwas kaputt ist, dann bringe ich ihn dir zurück. Ja, ist Garantie drauf. Da passen 15.000 auch rein. Ja, schreib drauf. Komm. Mach nicht einmal rum hier. Äh. Ich darf aber nur 10 fahren. Huch, da bin ich eine Weile unterwegs, ey. Ja, im Betrieb, glaube ich. Ja, mit Ladung wahrscheinlich. Ja, mit Ladung, ja. Okay. Ohne, bist du. Gut. Äh. Sieht mir ein bisschen groß aus, ne? Mit vier Meter halt. Okay. Ja, aber da brauche ich ja einen riesen Traktor. Ja, stimmt allerdings auch wieder. Hier ist ein... Sonst noch ein Wender. Mhm. Mhm. Okay. Muss ich mal überlegen. Ein Flug. Ja, aber der ist auch so riesig, oder? Einen kleineren gibt's tatsächlich gar nicht. Sicher? Äh, warte, ich guck nochmal in meinen Katalog, aber eigentlich... Ja, das sieht mir riesig aus. Da brauche ich ja auch wieder so ein... Brauche ich so einen Traktor, wie der Udo vorhin gekauft hat. Warte, ich guck mal kurz. Das sind vier Scheibe. Ja, äh... Ist, äh, so ein zwei Meter und das kleinste. Okay. Also der bräuchte... Kann ich auch mal kurz sagen... Der bräuchte 100 PS. Nur? Der braucht nur 100 PS, ja. Okay. Okay. Wollt ihr auch vom Mähwerk nochmal sagen, wie viel PS der braucht? Nee, das Mähwerk ist mir zu groß. Das brauche ich... Okay. Will ich gar nicht haben. Hier ist noch ein Lampen-Krubber. Warte, der auch zwei Meter, hm? Ja, das müssten auch zwei Meter sein. Hm. Ah. Nee, 2,6 Meter, um genau zu sein. Okay. Ja, ein Kruber ist im Moment erstmal für mich unwichtig. Eigentlich genauso wie ein Pflug, weil erstmal muss ich ja die Tiere versorgen. Also erstmal muss ich da... Also eher nur so Mähtechnik, so... Aber Mähtechnik, äh, keine Ahnung, was braucht man für Kühe alles? Und hatten wir denn... Wir hatten doch einen Futtermischer, hatten wir doch in den Dings da. Genau, einen Futtermischer brauchst du auf jeden Fall. Ja, wobei, ich bräuchte schon... Irgendwas bräuchte ich schon. Ich muss ja auch ein Feld, äh, äh, ich bräuchte auch Stroh, oder nicht? Aber kann ich das irgendwie über dich erstmal beziehen? Pro? Mhm. Hast du da irgendeinen Händler, der dir... Der mir das weiter verkaufen kann? Pro? Aktuell nicht. Also doch, weil... Ja, ist mir egal wie. Ja, aber ich bräuch halt ein bisschen Stroh auf jeden Fall. Ja, das würde gehen. Äh, kann man, weil drüben bei dem Anhänger kann man da, äh, die, die Bordwände runter machen? Bei welchen? Ja, bei dem blauen da. Die Bord, also bei der... Die Teile kann man abnehmen, ja. Mhm. Entweder du machst das bei dir... Ich weiß nicht, ob du eine Werkstatt oben hast, oder... Ja, doch, da ist eine Halle, in der... So eine Werkbank ist da drin, das passt. Ja, dann kannst du das kurz abschrauben und dann... Okay. Ja, ich sehe auch, die sind... Die sind eigentlich nur gesteckt hier. Und dann noch ein bisschen mit Schrauben fixiert und dann... Ja. Okay, das ist schon mal gut. Ähm, gut, jetzt bräuchte ich aber noch irgendwie einen... Ein Träger. Das wäre sinnvoll. Äh... Ich hätte auch noch einen alten Deutz. Ein Deutz? Wo steht denn der? Der steht tatsächlich da hinten in meiner Halle. Okay, und was kostet das Ding hier? Was ist denn das überhaupt? Der JCB. JCB Fast Truck. Turbo. Okay. Also der hat... Ähm, Moment. Der hat genau... 159 PS... Mhm. Und würde kosten 70.000... 70.000. Aber der hat eine Front-Hutraulie, gell? Ja. Oder der hat so eine... Ja, ja doch. Mhm. Das ist ja schon mal praktisch. Äh, was kann man da noch für Reifen draufziehen? Äh, Reifen kann man... Äh, Pflegebereifung und Breitreifen. Breitreifen auch. Und Zwillingsreifen auch, aber das ist auch interessant wahrscheinlich für dich. Nee, tatsächlich nicht, weil der Bürgermeister hat irgendwie gemeint, je nach Steigung bräuchte man Zwillingsbereifung. Weswegen umkippen oder so, ich hab keine Ahnung. Mhm. Also Zwillingsbereifung könnte er... Sind das so fette Schlappen oder dünne? Das sind genau... Das ist genau die Breite hier. Ah, nochmal drauf. Okay. Ja, genau. Ja, die würde ich auf jeden Fall dann auch mal mitnehmen und dann kann man ja gucken, ob das passt. Also ob ich die brauche oder nicht. Die sind ja im Preis inklu, oder? Die sind im Preis... Moment. Ich muss gerade überlegen, ob ich die noch... Ja, die müsste ich eigentlich im Lager haben. Ja. Also... Okay. 70.000. Okay, dann lass uns mal den Deutz angucken. Oder was war das? Ja, das war ein alter Deutz. Von wie alt... Wie alt reden wir denn? Öff. Oldtimer? Oh Gott. Ja, der wird wahrscheinlich nicht so viel PS haben. Wie? Ah. Den kann man auf jeden Fall nicht im Winter benutzen, das sag ich dir gleich. Näh, bist du blöd, ey. Also ich werde ja kein Oldtimer... Oh, der Ding hier. So in der Teil, genau. Mhm. Mhm. Hier sind die Schlüsse, kannst du auch mal anmachen. Ja, gesteckt. Warte mal, ich muss mal genauer hinhören. Hm? Er hat auf jeden Fall 85 PS. Okay. Hm. Hm. Hast du noch irgendwas? Ich hab, ganz ehrlich, ich hab den, den, den großen Träger da von dem Udo gesehen. Den fand ich auch interessant. Aber der wird für mich zu teuer sein. Hast du da auch noch irgendwas anderes? Du meinst den MF, ne? Oh, was mir auch noch einfällt. Hey, du, ich brauch nur eine Ballenpresse oder sowas. Achso, nee, ich hab ja einen Ladewagen, ne? Ja, genau. Aber, äh, damit du die Tiere versorgen kannst, bräuchtest du auf jeden Fall, äh, Mischfutter. Okay. Der würde 53.000 kosten. Mhm. Ähm. Äh, MF, MF-Former, Marcel Ferguson. Ja, der, MF? Ah, irgendwas, also so ein Hightech-Ding, was der hatte, wollte ich jetzt nicht haben. Achso. Irgendwas altes auch gerne, meinetwegen. Da hab ich im Katalog auch schon was gesehen gehabt. Ähm. So ein Torpedo, so einen alten Case, IH, oder einen älteren John Deere. Den John Deere hatte ich auch gesehen. Aber ich hatte eher an den, warte mal, lass mich grad nochmal gucken. Marcel Ferguson. An den 28,5 S, 4x4 gedacht, müssen wir mal dafür wissen. Ja. Weiß halt nicht, wie viel Leistung der haben kann. Der kann... Nicht so viel. Ja, der kann maximal 90. Okay. Äh. Mhm. Mhm. Einen anderen, der da ein bisschen mehr kann? Ähm. Sieht nicht so aus, ne? Der Lindner, den ich hier auch stehen hab, der hat 102 PS. Der ist mir aber so klein. Der sieht so hässlich aus. Äh, dann hab ich noch... Ne, der... Da müssen wir eigentlich schon Mitte, der Großdeutsche Turm. Vielleicht so einen John Deere, kannst du dir ja mal hier kurz angucken. Ach, hast du ja auch da stehen? Also, ne, ist meiner, aber den kannst du dir ja angucken. Oh, ja. Oh, yeah. Da diese... Da diese Schmuckstücke schon, ne? Der hat halt, so wie er da steht, 175 PS. Okay. Das hört sich doch... Was kostet der dann? Dann kostet der... Äh... F... F... Mit der größten Motorausführung kostet er denn... 115.900 aufgerundet. strony Hat er dann auch schon Frontzapfwälle und so ein Zeug? Ne, tatsächlich nicht. Ähm, Ding bräuchte ich? Äh, in Frontlade? Frontzapfwelle würde dann nochmal 6500er numbers kosten. extra kosten im frontlader dann noch mal 1500 mehr also dann wäre es 123.900 also 124 bin tatsächlich überlegen ob ich nicht doch in ballen machen soll weil ich habe ja kein kein lager am hof weißt du das ist halt mein problem die lage ballen ja die lage hätte ich ein fahrsilo also das könnte ich dann schon anlegen was würdest du dann eher haben quader oder rund ballen was ist denn einfacher also wo ist die maschine günstiger also einfach damit nach einfacher gehen würden dann wäre glaube ich quaderbein besser aber und bein sind günstiger also die maschine und bein sind günstiger ok kostet gerade mal 49.000 und war dabei das kostet mal eben also fast das doppelte ok und mit dem mit dem rundballen dingen also silage brauche ich ja nicht habe ich gesagt du weißt du was du machst folgendes du schreibst mir einfach mal alles zusammen was der brauche was ich brauche was du denkst was ich brauche schreibst mir eine liste oder telefonier mal einfach noch oder dann dann gucken wir komme ich noch mal vorbei und dann schauen mal weiter jo das können wir auch so mal ruft mich an sagst du mir hier dies und das selten jenes und dann der träger müssen wir dann noch gucken dass ich da sagt mir der johnny hier natürlich auf jeden fall zu also sollte den johnny auf jeden fall mit draufschreiben den auf jeden fall und wo ich tatsächlich überlegt war der mann ich habe gut gut noch mal ein katalog ich bräuchte noch so ein bisschen was kleineres und da überlege ich nicht der den 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 wasser fölkissen denn 285 s 4 mal 4 nur so als kleinen traktor ja so ein klein dingern und zwar mit mit fender und cap weiß ja auch da haben ich habe keinen bock dass mir die die glatze brennt ja und das sonst so lassen äh frontgewicht voll also so also so lassen wieso lassen also mehr nicht also frontgewicht 216 kilo ja genau und fender und cap genau das sieht sieht für mich gut aus also den auch auf die liste schreiben der hat 90 ps sehe ich hier hat er reicht sogar für die rundballen presse schreibt mir einfach mal alles zusammen was wir so brauchen ja was ich so brauche also auf jeden fall du willst nicht auf ladewagen auf den ladewagen brauche ich auch also den kannst er auch draufschreiben also den kann der kann bleiben den vorsteller ja ja den nehme ich auch und das muss ja auch silage machen ja genau und dann auch den anhänger ja den machst ja auch mit drauf klar okay gut und dann schickst du mal macht man kosten voranschlagung dann schauen wir weiter ja gut perfekt ähm was fällt mir denn jetzt noch ein frontlader habe ich gesagt ja ja denn mit beiden eingabe wahrscheinlich wegen verladen malen bräuchte ich und auch schaufel beides ok oder was für silage also ich muss ja muss ja bei den kühnen auch wieder sauber machen weißt du irgendwie oder ja dann so eine schaufel oder haben wir da irgendwas anderes doch ja nee so eine schaufel das passt schon oder eine gabel keine ahnung was es da halt gutes gibt günstig und groß wäre gut ok ja gut dann danke ich dir recht schön dann berufs mäßig einfach johon und dann geht es ist so perfekt sind wir nämlich durch erst mal ich bedanke mich bei fürs zu stehen das sind zu stehen zu sehen ich fahre mir jetzt kurz in die ins dörfchen hier rein dank dir dank euch fürs zusehen wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein like abo oder einen kommentar da schaut gerne am mittwoch wieder rein da gibt es die nächste folge und bis dahin macht's gut tschüss 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 tschüss